Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho inklusive Xyra on Tour. Hallo! Und Bad in Trouble. Ich hab gerade, glaube ich, einen Jagdbogen aufgenommen, kann das sein? Und natürlich Starbound. Starbound. Ja. Bin mal gespannt, ob jetzt alles ein bisschen besser geklappt. Wir hatten eben gerade, beziehungsweise ich hatte gerade ein paar Probleme. Stopp, stopp, Bad. Ja? Der Avo hat seinen Jagdbogen weggeschmissen. Wollte ich doch gar nicht. Wo ist er denn? Den hab ich aufgesammelt, warte. Guck mal, ob ich ihn dir hier so hinschmeißen kann. Ich hab gerade gesehen, dass mir was fehlt. Huch, ist hier Pfeile. Ich lege ihn dir oben nochmal in die Kiste. Ich weiß mich gerade nicht. Ich hab keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ich auch nicht. Das ist ja der Witz. In der oberen Kiste. Ich weiß tatsächlich, den hatte ich noch, bevor ich auf die C gegangen bin. Ja, und eben als wir gestartet haben, da hab ich ihn aufgenommen und ich wusste nicht so richtig, warum. Oder es ist eventuell meine Aufnahmetaste. Das ist möglich. Unter Umständen nicht. So, wollen wir den Dicken hier denn mal arbeiten? Ich stell mich wieder nach oben. Das ist gut. Dann ist der Boss ganz einfach. Wir haben uns hier nämlich ein kleines Schummelplateau gebaut. Ich dachte, jetzt esse ich jetzt keine Pfeile mehr. Nee, du hast irgendwie nach drei Schüssen, glaube ich, ist das, dass du kurz Timeout hast. Nachladen musst. Sozusagen, ja. Das ist ja unschön bei so einem Boss. So, die kleinen noch. Meinst du? Kaputt, kaputt. Das war so klar. Das ist wirklich so ein... Dafür habe ich 20 Aufpfeile. Wer hat jetzt... Irgendjemand hat mir jetzt so meine Sachen rausgenommen, die ich da gerade gesehen hatte. Und weg waren sie. Das war... Was hast du da gerade? Ich hab eine geschärfte Klaue. Der soll mich in Ruhe lassen. Wanns, 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 weg. Das ist... Ich komm mir an gar nichts hier. Ihr seid viel zu schnell für mich. Hat jemand Erde? Ich hab Treppen. Ich hab mal in Evi eine Frage. Bei Evi wird das bestimmt wissen. Ich hab hier so Baupläne. Wie lese ich die? Oder brauche ich dafür, weil unten steht Command und dann 62 irgendwas? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich hab doch wohl eine ganze Menge. Na, wie mach ich das? Das ist das, was ich dann erklären, wenn wir oben sind. Ja, aber Evi kann ja ruhig schon mal fragen. So, ich möchte auch was haben. Verdammt. Da ist ja gar nichts ordentliches drin, oder? Da ist gar nichts drin. Habt ihr alles schon genotet? Da komm ich gar nicht dran, weil... Hey, jetzt hat er die Kiste weggemacht. Ach so. Was haben wir da zu einer? Ich komm hier an gar nichts, weil ihr alle zu schnell seid. Ähm. Ich will nur nicht das Bad, das kriegt. Uah, au, au, au. Oh, oh. Oh. Ich hab jetzt einmal die Freiheit besessen, das Schwert zu nehmen, weil ich wollte, dass wir überleben. Oh Gott, ich muss mich heilen. Draußen regnet. Draußen ist doof. Hörer looted, aber auch wirklich alles, ne? Du ja auch. Ich krieg ja, ich krieg ja nix. Ich krieg ja gar nix. Ich heim mich mal ganz schnell. Ja, ich baum gerade noch mal. Aua. Aua. Und ich rette Bad mal den Arsch. Oh, hier vorne ist er ja schon. Faszinierend, wie du mir den Arsch rettest. Ja, ist geil, oder? Hat doch funktioniert. Sie hat ja nicht gesagt, dass sie dich rettet, nur dann hinter. Ja, ach so. So schaut's aus. Äh, verdammt. Ich muss mich schon wieder heilen, warum? Ja, das kommt hier. Ihr solltet euch vielleicht dann auch zwischendurch mal heilen? Ach ja, gut, dass du das sagst, Mensch. Ach so, ich kann hier am Lagerfeuer einmal ganz kurz... Ach so, du legst dich ins Zelt? Ja. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ist doch, da schmarr ich doch. Ja, ja. So, Sachen. Ihr könnt hier euer Fleisch beraten zwischendurch, damit ihr nachher auch wirklich was zu essen habt. Stimmt. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Aber dann tut mir Bär das doch bestimmt wieder wegnehmen. Was? Ich habe ein Graxos Munenforcer. Einhändig. DPS 6,5. Woher weiß ich denn jetzt, was ich habe? Ich muss mal reingucken, ne? Ich habe ja gar nichts. Ich habe gar nichts gekriegt. Ich habe alles weggenommen. Ach so, warte, ich lege dir was zu essen in die Kiste. Das ist einfach zu schnell gewesen. Ähm. Bekocktes Steak. Wie wäre es damit? Ich mag es. Das ist schön. Mhm. So, jetzt muss ich meine Treppen da aber auch wieder reinnehmen. Ist ein richtig schönes T-Bone? Ja. Ah, das ist herrlich. Take all. So, was ist das? Ich habe einen Metallklappstuhl. Warum zur Hölle habe ich einen Metallklappstuhl? Gott. Den braucht man. So, dann Bogen wieder in die Hand. Weiter nach unten erstmal. Würde ich sagen, ne? Nach unten, da ist ja auch noch was, ja. Uah. Da falle ich doch schon wieder so weit durch. Das sehe ich doch schon. Vorsicht. Au. Ah, so geht das. Oh, da unten ist aber, ähm, doof. Da unten ist Action, ja. Ja. Ja, man kann ja von oben nach unten schießen, das ist. Wie auch immer das. Und dann kommen sie hier hoch? Äh. Aber die kommen ja zu euch nicht zu. Ach so. Ja. Ähm, so. Vorsicht, rechts von dir ist noch was. Aber. Aber Bad, dem ist natürlich die Gefahr völlig egal. Hauptsache, er kann looten. Ich habe auch mal endlich was looten können, so. Okay, da hast du nun das gerade weggenommen. Aber es ist okay. Ich habe endlich mal was gekriegt. Ich teile ja gern mit dir. Das ist schön. Da. Oh, es gibt doch eine Speere. Speere? Da konnte ich schon wieder nichts mehr looten. War alles schon wieder alle. Oh, heilen. Heilen ist gut. Oh, ich gehe schon wieder nach oben. Will ich ja gar nicht. Ähm, seht ihr da auch rechts was blaues leuchten? Ja. Wollen wir uns da mal durchkrabbeln? Ja, das wäre mein Vorschlag gewesen. Okay, ich bin wieder ganz. Oh, Vorsicht. Oh, ja. Aua. Na toll. Wie komme ich denn? Ach so. Kannst du dich gleich wieder hinlegen und schlafen. Ja. Und ich schlafe schon wieder nur nach oben. Ich lerne das nie. Pass auf, da kommt noch mehr. Syrah heilen. Ja. Wenn man es jetzt einfach losgeht, geht ein bisschen schneller. Ach Gott. Ich komme echt nicht. So. Gehe da jetzt einfach mal mit Schwert lieber. Uah, da habe ich mich erschrocken. Ich komme mit der Kampftechnik so gar nicht. Oh, das ist. Ja. Das ist ein Tiefen. Ich weiß nur nicht ganz, ob ich da jetzt reingehen will. Warum nicht? Ich bin mir da auch gerade nicht so sicher. Es könnte sehr gefährlich sein. Abo. Komm mal her, Abo. Geh da mal rein. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ich geh da jetzt auch rein. Ich bin rein. Ja, ich auch. Ich drücke E. Challenge Portal. Beamen. Beamen. So. Und jetzt mache ich die dicke Fette der Challenge und gewinne alles. So, Ben. Kommst du mit? Wo seid ihr denn? Wir sind da durchgebeamt. Ja. Das war klar. Okay, es sieht schon ziemlich geil aus hier. Du solltest kommen. Und ich sollte hüpfen? Nee, das will ich nicht. Geh drauf und dann. Was? Das Tor ist weg. Ja, es war ja auch Unstable, stand da. Was ein Bett. Was habe ich denn jetzt hier drin? Eine Öllampe. Ich baue uns hier mal ein bisschen. Ach, du kannst bauen. Das ist schön. Ich kann nicht bauen. Deswegen hat es wahrscheinlich Challenge. So, Problem. Wahrscheinlich. Ja. Oh, Scheiße. Es kann uns echt alles kosten hier. Mhm. Äh. Okay, das heißt, wenn ich es nicht schaffe, es geht immer nur einer. Und wenn ich es nicht schaffe, dann musst du einsammeln. Und wenn du es nicht schaffst, muss ich dein Kram einsammeln. Ja. Und wenn es keiner von uns beiden schafft, dann ist das Zeug verbrannt. Ey, wollen wir nicht lieber das... Ich glaube, du kannst nicht einsammeln. Das dürfte alles tot weg sein. Ja, das ist alles unten in der Lave. Ich bin gerade am grübeln, ob ich hier lieber warte jetzt auf euch. Ja. Und wenn ihr hier wieder auftaucht. Ja, ach, das mal. Denn ich komme zurück. Ähm, das ist, glaube ich, noch nichts für uns. Ah, ich habe mein Fleisch noch. Oh, ich hoffe, ich lande jetzt bei euch. So. Jetzt muss ich... Warte mal, ich... Das Fleisch steckt nicht. Weiß ich nicht. Äh, verschiedene Sorten von Fleisch stecken. Nee. Mhm. Also ich gucke jetzt mal. Ich habe ja noch... Das mache ich mal damit hin. Was ist das? Das ist Pflasterstein, Bruchstein, Holz. Holz ist gut. Und das ist Erde. Okay. Und warum habe ich jetzt... Falsch. Seid ihr jetzt beide schon wieder zurück? Ich bin zurück, ja. Und... Ich beame mich jetzt wieder... Aber du musst dich gleich noch zu uns beamen, ja. Genau. Also auf den Transporter und dann war das... E. E, wie sagst du? Genau. E. Na, nee. E. Ähm, beam mich mal zu. Hat eben wunderbar funktioniert. Ich baue uns hier gerade mal einen Weg runter. Wo bin ich denn? Ach da. Wollen wir hier nicht rechts weiter, oder? Äh, ich würde sagen nach unten, ne? Denn hier wurden auch Kernfragmente angepriesen. Und hier unten sehe ich schon wieder die nächste Treppe und das nächste Lagerfeuer. So, weil das hier nämlich... Und ein Zelt. Und ein Zelt ist da unten auch. Ich habe ja... Warum habe ich denn hier... Wartet, bevor ihr da runter geht. Ich baue da gleich noch eine Treppe erstmal hin. Ich kann ja schon mal gucken. Und durch die Erde kann ich nicht schießen. Okay. Nee. Da ist ein... Ein böses Vieh, glaube ich. So. Oh. Warum sagt man ja keiner, dass er ein Heben heißt? Was weiß, weil ich nur sowas wissen. Merkst du das nicht? Ja, doch, wenn ich getroffen werde. Das ist... Ähm, wie, da ist noch einer? Wo ist denn noch einer? Oh, da ist noch einer. Töte dich weg. Ich weiß hier gar nicht. Wo hier? Ich komme nicht weg. Ich muss mich schon wieder heilen. Ja, hier kommen wir gerade nicht weg. Was? Ich sagte, und hin ist die Monetarisierung. Wieso? Ich habe gesagt, töte die. Ach, das ist doch blöd schon. So. Da unten ist nichts. Ah, wir können... Okay. Das sind ja wieder die Kleinen hier. Babytiere? Babytiere. Babytiere, ja. Ich warte, bis ich getroffen habe. Naja. Du wartest... Bis wir sie gekillt haben. Ich muss ja... Ach, ich muss ja wieder springen und drücken. Ja. Okay, verstehe. Und wieder heilen. Dass der immer schnarchen muss, ne? Wie im Real Life. Also hallo, hallo, hallo. Also auf der Gamescon, ne? Wo wir im Zelt gepennt haben. Da war nicht ich, dass der geschnarcht hat. Ach nein? Nein. Dann möchte ich ja wissen, wer bei mir im Zelt lag. Also A, hätte das auch links neben uns der Kerl sein können. Und zweitens hast du geschnarcht. Ich komme nicht ins Zelt, da heilt sich noch jemand. Und jetzt kann ich mich auch heilen. Dauern wir jetzt auch zu lange. Ja, ich mache das deswegen auch schon so. Pass auf, ich lasse den Bogen erstmal weg. Ich bleibe erstmal beim Schwert, falls... Ja, ich... ...habe es deswegen schon auf der 1. Alles schon gelootet hier? Nö, nicht alles. Was habe ich da? Was habe ich da? Was hast du? Errungenschaft freigeschaltet. Seid ihr noch unten oder seid ihr gerade ausgelten? Das hast du zu einer zweiten links gegangen. Ich muss ja immer nachgucken, was ich hier bekommen habe. Ich bin hier, was habe ich hier? Ich finde das total klasse hier unten gerade, muss ich gestehen. Ich, ähm, schwierig. Was denn? Naja, einfach so. Okay. Ich finde das hier total cool. Oh, ich habe das Licht aufgenommen. Hier geht's, hier geht's nach oben. Da ist aber nix. Möchte jemand meine grüne Zipfelmütze haben? Ich habe was Besseres. Äh, nein, möchte ich nicht. Was? Die ist episch, die ist lila. Die ist grün, deine Zipfelmütze. Dafür habe ich jetzt einen Käppi mit... Ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal was. So, ganz Verrücktes. Ich bin mal mutig. Ich habe mich angetreifft und ich kriege nix. So, jetzt bin ich unten. Ich habe eine Bombe. Ich glaube, bis ich damit klarkomme, dass ich springen muss, um runterzukommen, das dauert noch ein bisschen. Es ist ja auch eigentlich widersprüchlich. Ja, ja. Absolut. Jetzt bin ich unten. Vielleicht setzt es schon. Gut, dann sitze ich. Da drüben sieht es auch schon wieder so interessant aus. Hier gibt es ganz viele tolle Sachen. Da herrscht ich. Oh, böse Falle. Vorsichtshürer, dein Leben. Oh, ja. Einmal durchheilen, Leute. Außer Abo. Ich schieße auf weiter, freilich mit dem Bogen. Ja, 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 ja. Ja. Ich weiß halt, wie es geht. Ich lasse das jetzt mal kommentarlos stehen. Gut. Manche Sachen müssen auch nicht kommentiert werden. Okay. Da oben liegt eine Bogen. Kann der jetzt runterkommen? Nein, er kommt runter. Ich kann gerade nicht. Aua. Der soll mich doch mal... So ein Blüder runterkommen, der wird laufen. Das ist früher von mir. Syrah rettet. Ganz so viele kleine Dinge. Syrah sollte mal auf ihr Leben aufpassen. Ja, ich bin gerade schon wieder am heilen. So, hier war doch irgendwas. Ach so. Ach so, hier kommt es. Eine Kiste? Die Baden hat ja schon wieder gelootet. Nein. Keiner hat ja schon. Nein. Nicht der Bad. Hallo? Aber ich... Ah, ich habe eine Kiste gelootet. Wahnsinn. Ich habe einen Molotow. Ich habe nur eine Kiste gelootet. Und ich brauche vielleicht neue Fackeln. Ja, sonst lass mich erstmal... Ich habe noch welche. Ich habe doch hier jetzt noch was anderes aufgenommen. Was habe ich denn aufgenommen? Eine Jagdspeer. Das ist ja schick. Und was ist ein Koto? Beim Jagdspeer gucken wir nach, ob das vielleicht mehr Schaden macht. Wenn du mir sagst, wie ich das nachgucken kann. Dann kriegst du das Inventar und hältst einfach die Maus drüber. Dann steht da ein Wurfspeer. Lässt Monsterfleisch verlieren. Vorsicht, Fledermaus. Ja, dann müsste auch, glaube ich... Siehst du, lässt Monsterfleisch verlieren. Da hast du nämlich auch eine Nahkampfwaffe. Die... Das ist schwer. Ein Wurfgegenstand. Ach so. Ja, okay. Das werf ich weg. Das lässt du weg, ja. Heute, wenn ihr Fleisch zu braten habt, dann... Ich probiere das mal. Der ist aber klein. So, und wie mache ich das jetzt? Oh, so mache ich das. Okay, verstehe. Ähm, wollt ihr hier wieder hochgehen, oder? Nee, ich will den hier oben noch einmal quillen. Oh, das ging ja gut. Dann mache ich unten hier mal weiter. Also entweder das ging jetzt gerade besonders gut. Oder, ähm, wir haben zufällig beide gleichzeitig getroffen. Das kann auch sein. Ähm, sag mal, wie viele von diesen Fragmenten brauchen wir denn eigentlich? Ähm, also, ich habe mich mal schlau gemacht jetzt. Wir brauchen von diesen Fragmenten 20, ich glaube je, um dieses Portal zu öffnen. Und je 10, um das Schiff zu reparieren. Okay. Hm. Hier unten, äh, gibt's kein Licht mehr, wenn ich den hier... Seid hier unten? Wollen wir nicht erst mal umgehen? Äh, wir sind unten, ja. Nee, erst mal hoch können wir auch auf dem Rückweg. Aber... Ähm, ich tun mir immer weh, wenn ich runter will. Ähm, Bett, mit, äh, diesen Holztreppen geht das besser. So, ich wollte jetzt einfach nur den Müll verbraten, den ich... Achso, denn verbrate dein Müll. Mach so tiefes Senk an den. Oh, ich kann mich heilen, wie schön. Ich gehe erstmal nochmal ganz kurz, äh, mich heilen. So. Du gehst in dich rein? Nein, ich gehe mich heilen. So. Achso, er liegt, liegt wieder im, im Zelt. Nein, nein, Bett, ich mach das nicht so wie du. Ähm. Äh, da krabbelt irgendetwas hoch. Okay, warum hab ich denn das? Geht das? Warum? Ähm. Verstehe ich ja nicht. Muss ja woanders hin. Hm. Also wenn wir so weitermachen, verlieren wir aber gleich. Ja, noch ist er ja in der Nähe. Er muss hier nur einmal kurz runter. Ach, diese Dinger oben, die sind immer so zwei Posten, ne? Ähm. So wie ich das sehe. Well, bleib mal wo du bist. Geh mal nicht hier rauf. Ich mach uns da eine Treppe runter. Ich glaub, ich bin wieder in der Heile. Wenn mein Mausrad das endlich mal mitmacht. Meine Fresse. Ich bin bei euch. Ja, Moment, nicht bewegen. Aber ich hab, ich muss mal was ausfählen. Nicht bewegen. Hallö. Sonst fährst du hier gleich runter. Na sowas. Möchte keiner meine grüne Pudelmütze? Äh, nein. Oh, auf der anderen Seite ist im Hintergrund eine Höhle. Sag mal, wenn ich da richtig gucke. Moment, mit so Kram. Könnte man hier doch. Reicht das schon, ja. Unser! Unser! Ach, da kann ich drauf, okay. Also eigentlich müssten wir auch bald wieder bei den Kernfragmenten sein, oder? Ich find das tatsächlich als nicht ganz so einfach, find ich. Also, wir können runterkommen. Wo runterkommen? Ich bin mir da bei dir nie so sicher. Ja, ich hab so gewisse Erfahrungen mit dir gemacht und dann runterkommen. Ja, hier geht das, also. Was? Ja. Das ist, äh, schwierig. Ach, da geht's hin, okay. Das hier? Da ist kein Hintergrund, da kannst du keine Fackel setzen. Ach, das ist, äh, ah, die Höhle ist kein Hintergrund, verstehe. So, wer traut sich? Was denn hier unten? Moment. Ach komm, das sind, das ist nicht das Problem. Okay. Da springen wir den Leuten einfach auf den Kopf. Wo gut ist. So, was ist denn dieser Richtung? Da ist ein kleiner Feichling, ne? Ach so, jetzt ist er wieder ein kleiner... Ja, ja. Ach, schon wieder so ein Blubbervieh. Oh, wir kriegen, ähm, Besuch. Weg ist er. Aber ich weiß nicht. Weil ich weiß ja gar nicht, wie geht. Ach, dieses bescheuerte Mausrad, ne? Meins, 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 meins. War ja klar. So. Mach mal bitte einmal Licht. Äh, hier ist noch Licht. Naja, aber hier vorne halt nicht mehr. Ja. So, hier müssen wir wieder ein bisschen Bordel... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier richtig sind. Ganz ehrlich. Nö, nö, wir müssen ein Stück nach rechts. Warum machen wir das dann nicht? Naja, man kann sich ja mal kurz umgucken, ne? Da ist, äh, keine Ahnung, nix. Ja, ich sehe, ich habe jedes Mal Panik, dass ich da runterrausche. Weil er jedes Mal diesen, diesen Extraschritt noch macht. Ach, da ist schon wieder ein Monster. Ja, hier sind überall Monster. Ich würde aber ganz gern... Wo ist es denn? Weg. Was würdest du ganz gern? Müssen wir uns wieder teilen? Also da jetzt lang... Ich würde sagen... Ich würde gern auch kämpfen, aber ich kann nicht. Ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Wir müssen hier runter, wir können uns hier ja einmal runterbuddeln. Irgendwas ist da unten, ne? Mhm. Vorsichtig, mach das hier gerade. Naja, das ist ja nur so ein kurzer Weg, ne? Äh, muss... Au, 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 und tot. Aber du hast mich getötet. Wieso habe ich dich getötet? Ich habe ja gar nichts gemacht. Du hast die Bombe gezündet. Ach, das war eine Bombe? Mhm. Äh, ja, portet euch zu mir, ich sammle eure Sachen nicht ein. Das Blöde ist, sie liegen ineinander. Das müsst ihr gleich klären. Die Sache ist bad. Ich bin jetzt so schnell am Lootenversuch gewesen, weil du immer so schnell lootest. Du bist schuld. Ach so, jetzt bin ich schuld. Ja, ja. Du bist schuld, dass wir gestorben sind. Ich habe irgendwie alles verloren. Was habe ich da? Wie kann ich mich denn zu dir teleportieren? Ähm, du stellst dich in deinen Teleporter, drückst E und dann klickst du auf meinen Namen. Ach da. Setzlinge. Da. Nicht. Ach, andere Setzlinge. Jetzt hast du auch Abo's Kram eingesetzt. Wie gesagt, müsst ihr gleich klären, wie ihr das macht. Ja gut, müssen wir ja eh teilen. Ähm, Abo, kommst du? Äh, ja, sobald ich verstehe, was ich hier eigentlich tue. Ähm, Moment, ich bin sofort da. Ich habe ja so komische Sachen, die wollte ich mal einmal irgendwie auspacken, damit ich sie nicht irgendwann doch mal verliere. Ich mache sie erstmal irgendwo hin. So. Was ist denn das? Ich glaube, wir müssen nach rechts weiter. Mal nächstes Mal gucken. Abo, hast du deinen, hast du deinen Bogen noch dabei? Ja. Wieso hast du deinen Bogen denn behalten? Ja, ich bin gut. Aber ich habe ein neues Schwert, habe ich gerade mal gesehen. Aber ich muss mich jetzt zu Bad beamen, ne? Oder zu mir, das ist egal. Guck mal, ist das nicht, ist das nicht krass? Ist das nicht ultra geil? Okay, das sieht wirklich geil aus. So, wo ist mein Kram? Den hat Badman eingesammelt. Was hast du denn gehabt? Wenn ich das wüsste. Möchtest du eine grüne Mütze? Wieso will keiner diese grüne Mütze? Leute, wir sind schon wieder bei, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ja. Ich hatte auf jeden Fall Fleisch. Oh ne, Moment, die Mütze gibt es doch nicht. Ich hatte auf jeden Fall, ich komme mal weg nicht vorbei. Doch. Alter, ich sehe gerade, diese Münze ist 5000 von diesen Dollars da wert. Ich hatte auf jeden Fall Fleisch. Achso, die Mütze. Ups, gib mir Fleisch. Was? Ah, böse. Böse. Oh, komme ich gar nicht. Warum schießt du denn nicht im Bogen? Ignoriert mich nicht. Ja, nie. Gut, tschüss. Genau, tschüss. Schön, und tschüss. Tschüss.